Ahoy zusammen zu einer neuen Folge Events erklärt. Neues Patch, neues Glück oder besser in World of Warships neues Patch, neue Eventwährung. Denn mit dem aktuell laufenden Patch 0.9.1 geht das Release Event der britischen Kreuzer weiter. Und im Hintergrund seht ihr schon den britischen schweren Kreuzer der Stufe 5, die Hawkins. Und sollte einer von euch im vorherigen Patch einen der 4 Early Access Kreuze erspielt haben, so haben die mit dem neuen Patch jetzt ihren Premium Status verloren. Und es sind jetzt ganz reguläre Silberschiffe, die ihr erforschen könnt. Gucken wir mal in den Forschungsbaum, genau. Ich habe hier die Hawkins und kann dann also jetzt von hier aus weiterspielen. Also für diejenigen von euch, die im letzten Patch damit kein Glück hatten, was die erstaunliche Mehrheit ist. Oh Wunder. Hoffen wir mal, das ändert sich bald. Oder ob ihr euch einfach damit überhaupt nicht befasst habt. Aus Prinzip nicht. Dann könnt ihr das jetzt angehen und die Kreuzer ganz regulär erspielen. Was ihr euch ebenfalls erspielen könnt in diesem Patch, ist ein Premium Schiff der Stufe 6. Genauer gesagt die HMS London, ein schwerer Kreuzer der Stufe 6. Und das funktioniert wie in den hervorgehen, vorangegangenen Events, wieder über eine Direktivenreihe. Dazu gibt es neue Sachen in der Waffenkammer, ganz besonders ein Spezialkapitän und ein paar Kampfaufträge haben wir auch noch. Gucken wir mal kurz in den Portalartikel. So und hier schön die Überschrift britischer Kreuzer London. Wargaming hat es anscheinend wieder ein bisschen besser drauf, Events übersichtlich zu erklären. Also sie haben da doch wieder einen Modus gefunden, der dem unbedarften User das Leben etwas leichter macht. Also allen voran, welchen, was bekommen wir oder was können wir denn insgesamt bekommen? Einen Kreuzer London für die Hauptbelohnung für das Abschließen von vier Direktiven. Ja, vier Direktiven, vier Missionen brauchen wir je Direktive, also insgesamt 16 Missionen, die wir da irgendwie abschließen müssen. Es gibt königliche Marken, also wieder eine Eventwährung, die wir sammeln können. Und die können wir auf verschiedenen Wegen sammeln und das erkläre ich euch jetzt. Und Kapitän Andrew Cunningham in der Waffenkammer. Also ich bin jetzt historisch nicht bewandert. Ich vermute mal, das ist auch irgendein relativ bekannter britischer Kapitän aus dem Ende Erster oder wegen Zweiter Weltkrieg. Und der hat wie zum Beispiel auch Kuznetsov oder Günther Lüthiens ein paar Spezialfähigkeiten und die gucken wir uns mal an. Grob zusammengefasst, wenn ihr einfach nur die ersten zwei Direktiven zu Ende spielt und da je mindestens vier Aufträge oder vier Aufgaben abschließt und euch über die nächsten 14 Tage jeden Tag einloggt, um die täglichen Belohnungen, die täglichen Lieferungen zu sammeln. Ja, auch die gibt es wieder. Dann bekommt ihr bis zu 300 britische Marken, nein, königliche Marken. Britische Marken war das vorherige Patch. Und könnt die gegen das hier Angezeigte eintauschen. Also zum Beispiel vier Tage Premium oder 400 Dublunen, Tarnungen, Kreditpunkte, was auch immer. Und wenn ihr dann mehr spielt, dann bekommt ihr auch mehr. Also wenn ihr zum Beispiel alle vier Direktiven durchschafft, dann bekommt ihr nicht nur die 600 königlichen Marken, die ihr einsammeln könnt, sondern ihr erhaltet auch die London samt einer zugehörigen permanenten Tarnung. Ja, also ein Stufe 6 Premium Schiff für einfach nur etwas spielen. Und wenn ihr tatsächlich sagt, okay, ihr wollt den Kapitän haben, den gibt es für 1000 königliche Marken, ihr könnt insgesamt bis zu 1380 königliche Marken erspielen. Also da müsst ihr dann schon ein bisschen dran spielen, dass ihr die vier Direktiven erledigt, euch jeden Tag einloggt bis zu 14 Mal, die täglichen Missionsreihen durchspielt, denn da sind auch ab und an ein paar königliche Marken zu holen und dann möglichst zügig die London freispielen oder im Baum bis zur Albemarle, also bis zum regulären Stufe 8, da grinden oder mit Free XP spielen, damit ihr dann den Kapitän bekommen könnt. Gucken wir uns die Direktiven mal kurz an. Also da sind wir jetzt in den Direktiven, vier Stück, wir gucken mal kurz, dass ich euch keinen Schmarrn erzählt habe, aber genau, schließen wir vier Aufträge, vier Aufträge, vier Aufträge. Also es sind immer vier Aufträge notwendig, um zur nächsten Direktive zu kommen. Jetzt gucken wir mal, in Brand gesteckt 25 Mal, dreimal die Auslehnung vernichten, der Schlag oder Dreadnought, 15 Mal die Zitadelle, sieben Bände erobert, zerstören sie, 17 Schiffe, in einem Gefecht 800.000 Kreditpunkte, nicht in einem Gefecht, sondern insgesamt das hier ist in einem Gefecht. Was haben wir da? In einem Gefecht mindestens 20 in Brand gesteckt, okay, das ist sportlich, und in einem Gefecht 150.000 Schaden oder mehr. Also es ist da, glaube ich, für jeden so ein bisschen was dabei, entweder für diejenigen unter euch, die über mehrere Gefechte irgendwas sammeln wollen und für diejenigen unter euch, die dann sagen, naja, ich habe hier Premium-Account und ich habe ein hochstufiges Premium-Schiff, das ist in einem Gefecht auch gut gemanagt. Dafür gibt es dann unterschiedliche Belohnungen, die halt jetzt sehr klein gehalten sind, also das erkennt man schon aus den letzten Direktiven, dass Wargaming hier die Belohnungen je Auftrag ein bisschen zurückschraubt, dafür aber die Gesamtausbeute dann hier oben reinpackt, in dem Fall jetzt die königlichen Marken. Und da könnte man jetzt sagen, naja, aber das sind ja nur königliche Marken, mit denen kann ich ja nichts machen, selbst wenn ich nicht auf den Kapitän spiele, kriege ich ja hier nur ein paar 600 zusammen. Das stimmt, aber da können wir mal kurz in die Waffenkammer gucken, was es denn außer der London noch gibt, nämlich dann für die königlichen Marken. So, wie immer hier oben die Direktiven und dann hier unsere Waffenkammer. Und da sehen wir noch aus dem vorherigen Patch, britische Marine, benannt nach 1 und hier haben wir britische Marine 2. So, und da gibt es jetzt wieder jede Menge Signale, Union Jack Tarnung, Kreditpunkte und ich glaube, das ist jetzt sogar das erste Mal, dass ihr gegen königliche Marken tatsächlich Dublonen eintauschen könnt. Ja, hoffen wir mal, dass Wargaming diesen Trend ein bisschen beibehält, dann können nämlich auch ein paar Free-to-Play-Spieler, die einfach nur spielen und hier für 140 königliche Marken, da kommt ihr dann doch schon an ein paar Dublonen ran. Warships Premium, auch ganz nett. Hier oben gibt es wieder so ein Event, wo ihr Container tauschen könnt. Ja, und ihr seht, da gibt es dann insgesamt 48 Pakete, also für diejenigen unter euch, die tatsächlich A, jede Menge Dublonen haben, B, nicht wissen, wohin damit und C, dann auch sagen, naja, mit so einer Lotterie aus verschiedenen Marken und Tarnungen und Signalen könnt ihr leben, ja, dann könnt ihr das da investieren. Umgekehrt bedenkt natürlich, ja, für diejenigen von euch, die sagen, hey, mir fehlt nicht mehr allzu viel für Cunningham und ihr wollt dieses System unterstützen, das ist natürlich auch immer die Frage, gäbe es natürlich hier noch je Paket die Möglichkeit auf 40 königliche Marken. Okay. So, was gibt es noch? Es gibt Andrew Cunningham und da gucken wir auch nochmal kurz in den Artikel. So, also, ganz wichtig, der hat jetzt im Prinzip dreierlei. Er hat einmal eine optische Spezialisierung, wie zum Beispiel auch Kuznetsov oder Yamamoto. Er hat Spezialfähigkeiten, Fähigkeiten, wie zum Beispiel Admiral Halsey, ja, dass bestimmte Fähigkeiten im Gefecht verbessert sind. In diesem Fall ist das der Tausendsasser, der anstelle von minus 5% auf die Nachladezeit von Verbrauchsmaterialien minus 10% gibt. Also eure Verbrauchsmaterialien laden schnell nach mit dieser Fähigkeit, zum Beispiel für Kreuzer ganz nett, die viele Verbrauchsmaterialien haben oder für einen Schlachtschiff, wo man noch unbedingt auf den nächsten Heal wartet. Und das hier ist dann eher ein Flugzeugträger-spezifischer Skill. Die Briten als eine von drei Nationen haben natürlich eine eigene Flugzeugträgerlinie. Das heißt, da kann man schon mal sagen, okay, vielleicht packt man den auf den Flugzeugträger, denn da gibt er etwas mehr Panzerung gegenüber der Flugabwehr des Gegners. Und das Dritte ist dann eigentlich das Interessanteste, denn er hat ein paar Fähigkeiten, die aktiviert werden, wenn ihr im Gefecht bestimmte Sachen erreicht. Ganz wichtig, diese Talente können nur einmal je Gefecht aktiviert werden und sind nicht im Clan-Gefecht verfügbar. Was ist denn das? Blitzschnell. Sobald ihr zwei Wassereinbruch verursacht, erhöht sich die Geschwindigkeit eures Schiffes oder, falls ihr Flugzeugträger seid, auch die eurer Staffeln um 5%. Also zum Beispiel für Zerstörer gar nicht mal verkehrt, wobei die britischen Zerstörer jetzt nicht die allerschnellsten sind. Für die Zerstörung von zwei gegnerischen Schiffen wird all euren Schiffsverbrauchsmaterialien jeweils eine Ladung hinzugefügt. Das ist eigentlich für alle Schiffe interessant, die irgendwelche Verbrauchsmaterialien haben. Meines Wissens greift das aber nicht für die Flugzeugträgerstaffeln, sonst würde hier außer Schiffsverbrauchsmaterial nur noch etwas anderes stehen. Also ganz wichtig, das ist primär eine Fähigkeit, die für Oberflächenschiffe gedacht ist. Versenken, Verbrennen, Zerstören, die Errungenschaft, Vernichter, verkürzt sowohl die Ladezeit der Hauptbatterie und der Torpedo für eures Schiffes, als auch die Wartungszeit um 10%. Ganz wichtig, Vernichter sind 60.000 Feuer- oder Flooding-Schaden. Das heißt, wenn ihr den Gegner oft genug in Brand steckt, was jetzt zum Beispiel mit den britischen leichten Kreuzern schon mal gar nicht möglich oder nur sehr, 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 sehr schwer möglich ist, ist das schon mal ein Skill, der eher so ein bisschen hinter Schloss und Riegel ist. Dagegen mit den schweren Kreuzern oder vielleicht für den einen von euch, der dann sagt, nee, ich fahre auch die britischen Schlachtschiffe permanent nur mit Hochexplosiv und habe deswegen sehr gute Chancen, an Vernichter zu kommen. Für den wäre es unter anderem auch eine Überlegung. Obwohl jetzt Schlachtschiffe nur mit HE fahren nicht unbedingt die beste Variante ist. Ganz wichtig, der kommt trainiert auf die Black Swan. Das heißt, ihr müsst dann noch mal entweder ein paar Gefechte einplanen oder Elite-Kapitäns-EP, um den auf das entsprechende Schiff zu bekommen. Und für Updaten 0.9.7, also in ungefähr einem halben Jahr, ist geplant, dass er in die Waffenkammer kommt. Da ist nur noch nicht bekannt, für wie viel Kohle das der Fall sein wird. Also die bisherigen Kapitäne, Kuznetsov, Obigno, Lütjens. Die bisherigen Kapitäne, Obigno, Kuznetsov, Lütjens, die kamen alle für 175.000 Kohle in die Waffenkammer. Es ist gut möglich, dass das so bleibt. Es ist aber auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass Wargaming den Preis irgendwann mal ändert. Also deswegen rechnet mal so grob mit um die 200.000 Kohle. Im besten Fall habt ihr noch was übrig. Genau, da haben wir Cunningham. Es steht auch eine kleine Geschichte dazu, die hätte ich mir vielleicht auch mal vorher durchlesen können. Und hier nochmal alles erklärt. Ganz wichtig, den könnt ihr nur einmal haben. Was gibt es noch? Zu London gibt es ja die Great White Fleet Tarnung, oder welche das ist. Die seht ihr hier nochmal. Also das ist die oben mit dem Gold und unten weiß, jetzt hier auf der Hawkins. Es gibt wieder tägliche Lieferungen. Ja, da sind dann auch nochmal ein paar königliche Marken dabei. Also eigentlich buntes Sammeln über die nächsten vier Wochen oder viereinhalb Wochen, wo der Patch läuft. Gucken wir aber noch kurz in die Kampfaufträge. Da ist es ja so, dass da bei den Kampfaufträgen auch ein paar dabei sind. Gucken wir mal hier. Genau, da sind jetzt wieder vier Marken dabei. Also das ist jetzt wie im vorverletzten Patch. Da ist es dann eben auch so, dass je Tagesaufgabe, die ihr hier abschließt, zwei Marken bekommt. Und wenn ihr die Gesamttagesaufgabe, also Teil 1 und Teil 2, abschließt, bekommt ihr noch nochmal vier, sodass insgesamt über die täglichen Aufträge 20 königliche Marken zu holen sind. Und dann könnt ihr halt ein bisschen kalkulieren, wie viel bekommt ihr denn, wenn ihr da jetzt nur jeden zweiten Tag das schafft oder jeden Tag nur die eine. Das ist dann euch überlassen. Persönliche Aufgaben gucken wir mal kurz. Die Aufträge für die für die Abermal oder für die London sind noch drin, noch nicht drin. Die kommen dann wahrscheinlich, wenn ihr das oder die Schiffe im Hafen habt. Genau, ansonsten war es das schon wieder mit der Episode Events erklärt. Ich hoffe, ihr kommt ein bisschen was mitnehmen darüber, wie dieses Event funktioniert. Letzten Endes ist es ja doch immer das Gleiche. Und was es gibt, das ist Gott sei Dank nicht immer das Gleiche. Ich hoffe, ihr habt über die nächsten paar Wochen weiterhin viel Spaß beim Spiel und wünsche euch bis zum nächsten Mal eben in Handbreit Wasser und Angeh.